Yo, heute spielen wir mal Shadow Warrior 2. Das ist gerade rausgekommen und ich freue mich schon auf das ganze Game Metzl hier. Leider habe ich nicht den ersten Teil gezockt, aber der Viewfort dafür und daher wird er mich noch mehr wissen, was sich hier verändert hat. Das weiß ich gar nicht mehr, das ist schon ewig her. Aber... Ja, es gibt halt jetzt ein Loot-System und so ein bisschen Diablo Borderlands-mäßig. Die Levels sind auch so, äh, randomised. Echt? Also nicht procedural, sondern halt, äh, es gibt zufällige Elemente, die immer ein bisschen anders sind. Im Level? Oder die Level? Ich glaube, äh, die Prolog-Levels noch nicht, aber danach gibt es halt so ein Story-Event, was das auch ein bisschen erklärt, dass halt das ganze Universum aus den Fugen geraten ist und Parallelwelten mit so einem Scheiß. Oh, okay. Ging das früher auch mit Dings-Online-Player? Oh, das ist jetzt neu. Nein, genau, das ist auch neu. Och, die Dinger sind ja nervig. Allerdings muss ich, glaube ich, die Grafik ein bisschen runterschrauben. Ich habe 36 Frames. 86 auf einer 570. Ich habe, glaube ich, auch nur auf hoch gemacht, nicht auf Ultra. Ja, ich bin ja verwöhnt. Hä? Ach! Das ist so ein getan, da. Level 1 Zugangskarte. Aber cool, ich sehe gerade, die Items werden auf dem Minimap angezeigt. Wie ist das denn, wenn einer die einsammelt, kriegen dann alle die, oder? Jeder hat sein eigenes Loot. Ah, sehr schön. Also, ihr seht auch nicht meins. Nee. Ah, cool. Obwohl, deins klau ich die ganze Zeit, glaube ich. Ich hoffe. Nein. Ähm. Achso, da unten müssen wir hin, ja. Ja, hier müssen wir hin. Oder? Hast du nicht gerade die Kieker aufgesammelt? Ja, aber... Ja, da hinten. Wieder angezeigt. Ja, genau. Nein, wie kommt man da hin? Ach, da. Kommt man hier lang oder müssen wir da oben? Wo seid ihr jetzt? Irgendwo da die Treppen hoch. Ach, da. Irgendjemand ist hier gerade krass am Kämpfen, kann das sein? Ich. Wieso, wir nicht? Frag ich mich auch. Ah, endlich kommen wir hier rein. Das ist was an... ein anderer Ort, glaube ich. Ey, die Schrotflinte ist echt geil. Ach ja, die habe ich ja auch noch, ne? Kannst vergessen. Kann sein, dass die Fische unsichtbar sind? Ja. Oh, hello, neue Ammo-Friends. Bereit, um ein paar Fak-Fasen zu töten? Hier ist die Key-Card. Und, nee, du musst hier runter. Die Key-Card holen. Ja, ich bin hier gerade am Medikit. Das ist einsammeln. Ah, Moment, ich komme. Ach, Medikit. Ja, ich habe es gerade selber gemerkt. Mit Kuh kannst du dich und dann kann man sich ja selbst heilen. Wo zur Hölle ist das jetzt? Hast du schon gesammelt? Da habe ich es mal wieder angezeigt, der Freund. Wo wir ihn müssen. Ach, da oben. Ja, da oben lang, ja. Videos. Ob die Videos auch zusammen mit drei Fähren sind? Nee, ich glaube nicht. Ah, ich ruhe mal vor. Nein. Geht gar nicht, ne? Doch, mach mal. Doch. Was für ein Blödsinn. Ich denke mal, der Host muss das machen. Ja, der Host muss das machen. Von daher haben wir eh verloren. Das ist auch ganz gut so. Und jetzt halt doch mal die Klocke. Ja, ich habe das schon fünfmal gesehen. Ja, es bringt ja. Ja, allerdings. Ich bin Angst, dass ich das nicht tun kann, mein Lieber. Es würde uns das große Experiment verbrechen. Und du hast immer die Experimente lieb. Wird die jetzt vergewaltigt? Nein, aber nicht. Ja, das ist etwas, was ich nicht sagen kann. Ich bin tief in deine Schuld, junge Frau. Ich hätte niemals erreicht, was ich habe, ohne deine Hilfe. Das Lab einfach nicht so sein wird, ohne dich. Das, was ich von mir verbrechen kann. Wo ist der da, in einem Luftwunschat? Proceed. Gott, verdammt, Zilla. Ich bin mit einem gewaltigen Schein, aber das ist auf einem ganz anderen Level. Das ist verrückt. Was ist passiert? Was ist alles gut? Wer hat die Vitals? Puls ist normal, Herr. Entschne sie, Gag. Ich will sie nicht zufrieden. Wir brauchen sie zu... Flies. Chirion The stench of death Oh my Now this is getting interesting Oh shit Bulldoze Bodies Open source Dismember Children All All Estados Okay. äh, dieses komische blaue, ist das, ist eine Qi? was ist ein, was ist das Qi? äh, das ist deine Energie, dein Mana quasi, um dich zu heilen und Skills zu machen und so aber das lädt sich auch wieder auf, ne? ganz langsam so, es gibt noch bestimmte Upgrades, die das dann fördern, wenn du was killst oder so, dass es sich dann auflädt und halt durch diese, äh, Drops, diese Qi-Kristalle was macht ihr da? wir sind unten ich auch ganz noch weiter runter ihr habt hier eine kiste übersehen bitte? ich muss sagen, bisher läuft das im Korb ganz gut wo ist ne Kiste? äh, die Treppe hoch hier da oben wie geht das denn da? achso, Gerrit wo ist das? wo ist das? wo ist das? ich will das auch das ist sehr irritierend mit dem ewigen verschwinden der Freunde oh, ich will den Steuern, Alter dann musst du dir die Zusatzversion kaufen ja, im DLC aber ist der noch kein Epic Gegner und das ist die zweite Spieligkeitsgrad, oder? bitte? ach, hier ist der erste jetzt spawnt er so Minions und dann muss man erst die platt machen ja, die ist normal die findet man immer hier, glaube ich ein Plasma-Revolver ah, wie geil da ist die Keycard, die musst du jetzt holen uh, ich habe irgendwann ein Laserschwert gefunden ein Laserschwert? ach, so sieht es zumindest so aus das leuchtet so komisch ach so, ja, das ist dieses Plasma-Schwert das schießt so Dinger ich will auch ein Plasma-Schwert du hast es auch gefunden wie kann ich damit schießen? einfach...glocken ich habe schon mit ach, mittlere Monsters da hast du auch noch so ein Waffenrettchen das sehe ich jetzt erst ok, ich mach mal weiter hey, Spooky-Number-Lady ich werde dich raus ich nur brauche dich zu ich bin der ich bin der Schmerz der Hoffnung ich bin der Ende aller Zeiten ich bin der Schmerz der Welt im Dok-Fill-Boschinnah ich bin der Schmerz verdammt, Frau ich bin der Schmerz ich bin der Schmerz ich bin der Schmerz unter deinen Schmerz ich bin der Öl der Schmerz ich bin der Schmerz ich bin der Schmerz ich bin der Schmerz ich bin der Schmerz ok, das ist wahrscheinlich eine Schmerz aber ich bin aus der Schmerz hier ich werde dich wenn ich das bitte nicht ich meine Gesichter ich bin ein Freund ok? Freund hehehehe ok, hier geht und meine Gesichter bleibt nicht ich werde das in die Plus-Column auf du gehst komm 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 mess index komm 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 stars mess komm 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 comm komm 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 Sie ging so, wie das. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ja, mach die Upgrade. Was ist dieses Ort? Das ist mein... ...eines anderen Workshop. Fragezeichen? Alter, ich dachte, du bist ein Dildo. Das ist mir auch so. Ich habe sie gemacht. Sie sind meine Familie. Aber es gibt keine Zeit, um es zu erklären. Sie sind hier. Okay. Da. Jetzt. Wait hier für ein Moment. Wait hier? Oh, nicht ein Problem. Ich werde nur hier sein, als Linda Blair puken die Blut aus der Augen. Ich weiß, ich weiß, ich nicht mehr wie du es. Kann ich, uh, gehen jetzt? Unless wir act schnell, sie wird sterben. Wer ist das Wee, weiße Mann? Excuse mich? Okay, okay. Was, was du musst ich machen? Ich habe eine Platz für sie zu bleiben. Ich habe eine Füte, sie kann sie aufhaben. Es ist auch mein Couch, aber es ist clean. Aber du hast das, was sie hier nicht? Warum kann sie nur hier bleiben? Ich brauche eine Säule, sie kann mitzunehmen. Du brauchst... Ihr Körper hat sich verraten. Wenn ich nicht ihre Säule aus dem Moment, in den nächsten Minuten, es wird auch verraten. Und sie wird weggegangen. Das ist ziemlich verdammt. Once ihr Seul ist entfernt, wir können ihre Körper fixieren. Und dann kann sie wiederholfen. Aber in der meantime, ich brauche einen Ort zu halten. Her Seul. Seriously. Ich habe das schon mal so gemacht, und es war nicht gut. In Wahrheit, Sie sind meine einzige Option. Keep es in Ihre Seul, dann. Ich kann nicht. Ich bin der Ritual. Oh, es gibt Regeln. Das ist convenient. Sie ist zu weit weg. Ich muss beginnen. Ich bin der Loweil und der Buhl. Ich bin der Loweil und der Buhl. Ich bin nicht genug Geld für diese Scheiße. Ich bin der Nachts Mera. Was machst du mit dem Mann? Ich will die Säule der Welt und schütze es Blut auf den Skogen. Are du bereit? Ready? Ready für was? Hello? Who is that? It's me. Um... Comico? The girl from Zilla Labs? Yeah. The one I rescued? I'm not sure. I don't remember much. Where are you? I don't know. Where are you? I'm not sure. Everything got so loud, and it all went black. Well, have you tried opening your eyes? It actually hadn't occurred to me. Are you okay? Smith! I'm fine. I just... Where am I? I'm fine. I'm fine. She's alright. She just told you. Wait, this is the weirdest... Is this my body? Wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything. In my head, I keep hearing... In your head? Am I... Can you hear me? Is she... Okay. I think it worked. Comico's soul has been temporarily placed in your care. Are you serious? It's really rather miraculous. That's not the word I would have chosen. I'm riding shotgun with this dimwit. Do you understand, Comico? Everything is going to be alright. Oh, right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me, and now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja! She's great. How long do we have to do this for? I've seen more videos than I've watched. Yeah, that's sometimes belongs to a story-spiel. That's not a story-spiel. That's not a story-spiel. Oh, god. Okay, I'll have to go. Oh, my God! Oh, I've been reading this thing. Oh, this is a story-spiel. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh. What a story-spiel. Oh, oh, yeah. Was ist denn die 17 dahinter? An dem Symbol. Ach, ich hab hier auch noch ... Ach, wie krass ist das denn? Das Ding explodiert, wenn du dann draufschlägst. Ist Friendly Fire an, oder ist nur der Effekt? Kann man sich auch hinter ihr eigenen Waffen schieben? Glaub nicht. Ach so, ah! Ah! Da wär natürlich ... Schaden bei kleineren Gegnern auch gut. Dann mach ich jetzt die MP, mach ich jetzt ein bisschen ... Schaden. Ja, ich hab jetzt ne Feuerschrotflinte. Wieso kann ich meiner nicht auf Feuer upgraden? Ähm ... Ach hier, da ist das, ne? Ja ... Ein Frost-Effekt hab ich. Ein Frost-Effekt hab ich nicht. Geil. Geil. Bir ... Tchaik? Gäh! Du schaffst mit dem Bull, du gehst weg! Scheiße, ich hätte das eher gewusst, wenn er nur dein Spiel in dein Spielstand genommen Der lädt cool die Waffen nach, ne? Ja Oh, jetzt hängt das bei mir ein bisschen Okay, ich hab dann auch noch nicht danke. Wann es enorm? Ja, ich kann jetzt nicht schwâng. Nein, schau auf! Ich halte das mit ihm aus, ich kann nur vielleicht auch einschalten. Oh, ich habe den Ball. Ich habe es gut gemacht. wie der war durch die gegend gewirrte nicht als neue fleischermesser irgendwie im hänger hier im spiel ist es Geht's dir dann Moment, ich muss vor allem zur Tür Oh, heil mich wie ein Scheiß Graben untergefallen Nichts, ich muss vor allem aufs Geht's dir das so schön Ich kann es dann sicher Ich kann es nicht mehr 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 ge Hendr. Geht's dir das Ich kann es nicht mehr Das ist echt gut für die kleinen Viecher